Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. Juni 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1207, heute mit den folgenden Themen. Product Drops, TVOS 16, Apple Maps, Stage Manager, Bücher-App und Foto-App. Und ja, wir befinden uns immer noch in der WWDC-Woche, deshalb sind einiges an Apple-Themen mit dabei. Viel anderes von anderen Unternehmen habe ich nicht aufgeschnappt und oder irgendwo einfach überlesen. Solltet ihr was für mich haben, lasst es mich wie immer wissen. Weiter geht's mit, oder es beginnt mit Twitter, nämlich die haben ein neues Shopping-Format vorgestellt. Das hört auf den Namen Product Drops und soll den Firmen die Möglichkeit bieten, ein Gerät, was sie schon vorab ankündigen, zu pushen. Und zwar auf den Tag, wo das Ganze dann verkauft wird, sprich wo der Verkauf gestartet wird. Wie immer startet es erst in den USA, aber kommen wir zuerst, was da für Möglichkeiten bestehen. Man kann, sagen wir jetzt Rode, macht ja den Rodecaster Pro oder das grosse neue Modell, was sie vorstellen werden in der neuen Version, kommt in sechs Tagen online. Ein interessierter Nutzer kann sich über einen Button, wo er draufklickt, registrieren lassen, quasi reminden lassen und bekommt dann 15 Minuten vor dem Verkaufsstart und zum Verkaufsstart eine Push-Benachrichtigung mit dem Link direkt auf die Webseite. Wie vorher schon erwähnt, das Ganze startet erst in den USA und zwar nur mit ausgewählten Partner und nur auf iOS-Geräten. Es wird starten mit Dior, Fossil und Home Depot. Ich bin mal gespannt, wie das in den Staaten ankommt und ob wir das überhaupt auch hier bei uns mal sehen werden. We will see. Weiter geht es mit tvOS. Das wurde nicht an der Keynote erwähnt. Wir haben iOS 16 gesehen, wir haben iPadOS 16 gesehen, wir haben macOS 13 gesehen, wir haben watchOS 9 gesehen, aber kein einziges Wort über tvOS. Einzig bei der Home-Geschichte hat man ein bisschen, respektive ganz kurzen Screenshot von der neuen Ansicht auf der Apple TV gesehen. Doch was kommt alles Neues mit rein? Denn es ist nicht so, dass da nichts passiert. Zum einen ist die tvOS, also die Apple TV, kompatibel zu neuen Kontrollern. Die grossen Pro-Switchs, aber auch die Joy-Cons, nämlich die von Nintendo sind das. Endlich hat mein Nintendo Switch eine neue Funktion, nämlich damit zu spielen. Nicht mit dem Switch, sondern vorne dann mit der Apple TV. Zukünftig wahrscheinlich. HomePod-Software, zumindest wenn ich Zeit finde. Dann ist es so, dass der HomePod ein Beta-Test bekommt. Das ist das erste Mal, dass auch ein HomePod eine Beta bekommt. Aber gehören wir zurück zu der Apple TV, also zum tvOS. Da ist nämlich jetzt HDR10 Plus Unterstützung. Das zumindest bei den neuesten Apple TV-Geräten. Ihr bekommt Video-Vorschauen, ähnlich analog wie man es bei Netflix kennt. Wenn man etwas ausfällt, bekommt ihr oben dran am Tab eine kleine Einspielung, also einen Trailer angezeigt. Der Matter-Standard erhält Einzug in den Apple TV-Hub. Ihr bekommt Fitness Plus. Da ein paar Neuerungen mit dazu. Und die Remote Control App, also diejenige auf dem iPhone oder auf dem iPad, mit der ihr euer tvOS steuert, wird upgedatet. Wir dürfen also gespannt sein auf den Herbst. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple Maps. Das hat jetzt weniger mit der WWDC zu tun, sondern mehr mit etwas, das aus diesem Frühjahr schon eingeführt wurde. Die Umsehen-Funktion Look Around auf Englisch in Apple Karten hat ja mittlerweile Deutschland erreicht. Leider noch nicht die Schweiz, aber wenn alles klappt auf Ende Jahr, dann auch die Schweiz. Die hat, wie gesagt, Einzug erhalten in Deutschland und vereinzelt auch die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben und Fotos hochzuladen von Orten, Restaurants und was alles auch immer noch so möglich ist. Ähnlich wie man das von Google her kennt. Bis anhin hat Apple da auf TripAdvisor und Yelp gesetzt. In USA und Kanada kann man schon seit letztem Sommer Bewertungen abgeben. Denn das ist jetzt auch möglich mit Apple Maps. Und zwar ist das in Deutschland gestartet, Österreich und Spanien. Ich hoffe, dass dann später des Jahres, wenn dann das Ganze auch in die Schweiz kommt, dass die neue Apple Maps Geschichte, dass wir das dann auch haben. Weiter geht es mit iPadOS 16 und speziell der Stage Manager. Ich habe schon Anfang der Woche darüber gesprochen und darüber gebloggt, welche iPads das Update auf iOS 16 oder iPadOS 16 bekommen. Jetzt hat man noch mitbekommen, welche iPads das den Stage Manager unterstützen. Und ihnen einfach gesagt ist das, oder betrifft das alle iPads mit einem M1-Chip. Das, was ich schon länger sage, M1-Chip ist die Grundlage für kommende iPads und auch neue Möglichkeiten. Das heisst, ab dem iPad Air 5. Generation, auf dem 12,9 iPad Pro der 5. Generation und dem 11 Zoll iPad Pro der 3. Generation ist das möglich. Natürlich ab Herbst, wenn dann die App offiziell oder das Betriebssystem offiziell ausgerollt wird. Die Apple Bücher App, die nutze ich relativ häufig, wenn ich nicht mit dem E-Book-Reader unterwegs bin, um Bücher, PDF-Bücher oder auch E-Books in Form von irgendeinem E-Book-Format zu lesen. Und die bekommt kleine Updates, aber nützliche Updates. Die ganze Bedienungs- oder die Steuerungsleiste ist von oben nach unten gewandert, somit ähnlich wie beim Safari, wo das Ganze auch nach unten gegangen ist. Oben gibt es nicht mehr viel, unten vor allem die Möglichkeit, das Ganze individuell anzupassen. Da wird sich zeigen, wie schnell man sich daran gewöhnt hat und ich freue mich schon auf die neuen Möglichkeiten, die da mit drin sind. Mit noch mehr unterschiedlicher Darstellung von Schriftfett und mit gelbem oder gelbrötlichem Hintergrund, schwarzem Hintergrund etc. Zu guter Letzt kommen wir noch zu der Fotos-App. Unter iOS 16 hat die einige Neuerungen. Zum einen kann man zum Beispiel endlich doppelte Bilder rausfiltern. Das konnte man früher in der Vor-App, also die Bevor-Fotos-App da war. Ach, wie hieß die nochmals? Mist, ich wäre alt. Irgendwas mit i. i? iPhone? Ne, ich weiss nicht mehr. Auf jeden Fall, das ging da in Fotos nicht oder nur mit zusätzlicher Software, wo ich das nie machen würde. Ja, geht dann, wie gesagt, in eine offizielle App drin und es gibt auch die Möglichkeit, mehrere Bilder gleichzeitig zu bearbeiten. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, bevor ich die Bilder mit jemandem teile, bearbeite ich die ganz kurz, in Anführungs-Schlusszeichen, über die eingeschränkten Möglichkeiten, die mir Apple-Fotos bietet. Aber das ist schon für mich das Höchste der Gefühle, denn ja, in Photoshop etc., dafür bin ich, das kann ich einfach nicht. Und deshalb mache ich es mit den rudimentären Funktionen, die mir iOS anbietet und bin auch ziemlich happy damit. Aber was geht da jetzt? Wenn ihr ein Bild bearbeitet habt, könnt ihr die Bearbeitungen kopieren und dann auf andere Bilder anwenden. Finde ich praktisch. Noch praktischer würde ich es finden, wenn ich gleich mehrere Bilder auswählen könnte und einfach, wups, alles über eines Kamm kehren könnte. Aber eins nach dem anderen. Wir werden sehen, was da noch alles kommt. Mal schauen, was wir morgen in der Geek Talk Daily drin haben. Ich freue mich, euch wieder zu hören. Umgekehrt, ich freue mich, wenn ihr mir wieder zuhört. Und euch wünsche ich einen guten Start in den Tag. Wir hören uns bald schon wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.